Beispiel, wir haben, es ist jetzt direkt morgens, es ist noch nicht heiß, wir haben 15 Grad. Wir haben das schön abgefressen, jetzt will ich weitergehen, nach rechts hin ist ganz frisches, das gibt's abends. Da haben sie gerade schon rüber gedrängt, obwohl ich hier am Rufen bin. Hat Matti sie wirklich schön von der anderen Seite bis hin zum Übergang sie weggehalten, ist auch nicht vorne reingeklatscht. Jetzt setzen sie sich da fest. Hier vorne, die jetzt mit dem Hintern zu uns steht, das ist das Leid scharf, die hat gerade angezogen, sind ihr zwei Lämmer nach, der Rest Arschlecken. So, und ich kann Lille nicht laufen lassen, der tut sich hier schon der Leine das Bein zertrümmern, also gehe ich da jetzt hin und prügel sie mit Matti Bachialgewalt hinter mir her, weil in die Richtung geht's nirgends zum Futter und aufs frische, ganz frische für abends kommen sie nicht. Echt? Ah!